Servus! Hi! Schaut mal, was uns Campern eingefallen ist, um unsere Langeweile etwas zu... Stopp! Halt! Stopp! Was willst du denn sagen? Wieso, was willst du denn sagen? Um unsere Langeweile etwas zu vertreiben. Ja, cool! Und dann haben wir ein Aluminiumdraht, habe ich mir schon zu Hause etwas ausgesucht. Und jetzt haben wir ganz viele Farben an Aluminiumdraht. Schaut! Und da wollen wir jetzt dann so personalisierte Kerzen formen. Ja, für unsere Liebsten halt und so, ne? Für unsere Liebsten. Und schaut mal... Hey, da! Nice! Ja, wie heißt das wohl? Franz und Kerstin. Ja, das war jetzt unser erstes Stückchen. Wir haben es halt jetzt mal probiert, aber wir gehen dann in die Produktion. Und jetzt seid einmal ehrlich, ey, das Franz, das schaut schon geil aus, oder? Also ich finde, das Franz schaut viel, viel schöner aus wie der Kerstin. Nein! Was sagt ihr dazu? Die Franz ist viel schöner, schau mal es an, in Schreibschrift. Ne, das stimmt, das ist Kerstin, die schaut schon sehr, sie schaut schon nach einer speziellen Schriftart aus, halt crazy. Ja, das zum Thema heutiger Abend. Einfach mal ein Daily Talk, einfach mal was wir so im Camper dann abends machen dann. Genau, und wir lassen es uns jetzt noch gut gehen, weil wir trinken jetzt, glaube ich, mal ein Stückchen Wein. So machen wir es dann, gute Zeiten, kurz rübergeschwenkt zu mir, bye bye, lasst euch gut gehen, schönen Abend noch, ciao, ciao!